Äh, Gwendala, Heilung auf Granuir. Eiltrank. Nächstes Skilett weg. Mandaya, Ioai, Randa. Was ich halt immer blöd finde, ist, dass die Zauber eigentlich eine viel zu große Verzögerung haben, nachdem sie gesprochen wurden. So, die Ausgangslage ist viel besser. Äh, nein, ich speite jetzt nicht. Können wir dich nicht umhauen, das wäre schick. Ach ja, und du könntest den Ausdauertrank dann auch noch gleich einwerfen. Ich versuch mein Bestes. Lass das mal vor, Grimm machen. Okay, Gladys Umhauen habe ich nichts dagegen. Also sie bewusstlos machen. Mal vor, Grimm. Zeridus! Zeridus! Astus! Mandales, Opea, Randa. Ja! 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 Okay, jetzt auf den, der auf Gladys wieder losgeht. Ah, Gwendala, wir brauchen einen neuen Paddy-Bären. Du trinkst einen Heiltrank. Gwendala Heilung. Na, er muss erst auf den, der auf Gwendala losgeht, bitte. Ah, Gwendala, du haltst dich jetzt mal selber. Ah, Gwendala, wir brauchen mal wieder Feuer. Hast du keine Munition mehr? Doch, da hast du noch Munition. So, du kannst mal einen neuen Bären. So, ich wette, es kommt noch eine Horde Skelette bald. Was habe ich gesagt? Ah, vorhin noch ein Ausdauertrank. Oh ja, und... Das wäre auch mal nicht verkehrt. Alles klar. Okay, erst immer die, die auf unsere Magier losgehen. Oh, und wir brauchen mal wieder einen neuen Armatrutz. Hm, Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Okay, das wird jetzt unschön. Warum sterben jetzt alle? Okay, warum sind jetzt alle instant gestorben? Ich glaube, ich sollte mich nach der zweiten Welle nur noch auf Dario konzentrieren und die Skelette erstmal in Frieden lassen. Dieser Kampf dauert echt zu lange. Und jetzt wollen wir die Sache in das Hauptzug. Meint ihr? Das bin ich, Arqua. Mein Atem geht ruhig. Ich bin mich, Aranya, ich werde auch wieder heilen. Ich Interesting. Das ist eigentlich das, was ich gerade meinte. Die Animation sollte durch sein, wenn der Zauber in der Leiste durch ist. Aber nein, die Animation braucht nochmal extra länger. Mein Atem geht ruhig. Wo bleibt die Heilung, Gwendala? Jetzt wird es langsam kritisch mit der Heilung. Ich versuche weiter. Okay, neue Skelette. Während ich schlafe, ist nicht so gut. Ausdauertrank. Heilung auf Vorgrim. Äh, du versuch nochmal Vorgrim zu heilen. Mhm. Mhm. Wir brauchen einen neuen Bären. Okay, du Heiltrank. Das ist nicht gut. Du kannst dringend... Äh... Moment. Brandsalbe. Gut. Eiltank. Noch besser. Ich versuch mein Bestes. Äh... Beschwörung. Shaltet. $f Qiado!!! Hallg nos ourselves. Es ist nicht gut. Es hat nur noch drei Lebenspunkte. Ah... Ok. Das ist nicht gut, dass es war ... Gladys. So, jetzt konzentrieren wir uns auf Dario. Egal was kommt. Das wird wahrscheinlich wieder nichts werden. Wenn wir Dario weg haben. Ist das Schlimmste schon mal weg. Und natürlich haben wir wieder das um den Treffen, um den Schaden machen. Also mehr Damage bitte. Und alle auf ein Skelett. Ausdauertrank. Meine Klingenwand. Das ist ganz gut. Bis zum nächsten Mal.